Nach den Unwettern ist vor den nächsten Unwettern und die werden heute Nachmittag besonders brisant werden, wahrscheinlich noch stärker als gestern ausfallen. Wir haben es mit Orkanböen zu tun, mit Starkregen, mit Sturzflutgefahr. Es ist wirklich eine lebensgefährliche Wetterlage, die sich heute Nachmittag einstellt, wenn ein Gewittertief einmal über Deutschland hinwegzieht. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Wir schauen direkt mal auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Freitagmittag und da sehen wir, das Unwettertief Dorchen von gestern ist weitergezogen, aber das nächste Unwettertief Emelinde ist schon angekommen und Emelinde bringt uns feuchte Luftmassen, aber auch auf der anderen Seite sehr warme Luftmassen, direkt hier von der iberischen Halbinsel. Da messen wir heute übrigens bis zu 40, teilweise 41 Grad im Süden des Landes und diese warmen Temperaturen kommen heute auch bei uns voll zum Tragen, zumindest im Südwesten des Landes. Da gibt es 31 bis teilweise 33 Grad, kaum zu glauben für Mitte Mai. Das sind eigentlich Temperaturen, die erwarten wir erst Mitte Juli oder eben im August. Ansonsten etwas kühler, besonders an der Nordsee- und Ostseeküste 19 bis 20 Grad. Hier kann man es gut aushalten, im Rest des Landes 23 bis 29 Grad und auch hier im Südosten sehr heiß mit Temperaturen um die 31 Grad und zum Teil auch eine sehr drückende Schwüle. Ja und in dieser drückenden Schwüle, da entwickeln sich heute Nachmittag neue Schauer und Gewitter und dann zieht zum späteren Nachmittag einmal ein Gewittertief quer über Deutschland hinweg von Nordrhein-Westfalen, dem Norden von Rheinland-Pfalz über Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Anhalt, Thüringen bis nach Sachsen, Berlin und Brandenburg. Da kann es zum Teil ordentlich scheppern und da besteht eben bei diesen heftigen Unwetteren Lebensgefahr, Starkregen, Sturzflutgefahr, Hagel, das volle Programm und eben auch möglicherweise flächig gesehen Orkanböen. Die kommende Nacht wird dann deutlich ruhiger werden. Wir sehen, es gibt noch einzelne Gewitter hier im Osten des Landes, aber dahinter lockern die Wolken auf und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen gehen bis morgen früh auf 14 bis 7 Grad zurück. Morgen und am Sonntag können wir dann Luft holen, die Wohnungen durchlüften, vor allem die Dachgeschosswohnungen sind sehr warm geworden, haben sich aufgeheizt, aber es wird angenehmer werden. Am Samstag 19 bis 25 Grad, ohne die schwülen Luftmassen, ohne die drückende Schwüle und der Sonntag auch sehr freundlich, ein Mix aus Sonne und Wolken und die Temperaturen erreichen 20 bis 26 Grad. Doch schon zum Montag könnte es erneut schwül werden aus Westen mit neuen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen erreichen 20 bis 28 Grad. Wie geht es weiter in der nächsten Woche? Wird es nochmal richtig heiß? Naja, momentan sieht es nicht danach aus. Es bleibt eher kühl. Dienstag, Mittwoch so 15 bis 19 Grad. Der Dienstag 17 bis 23 Grad der Mittwoch. Anfangs am Dienstag noch einzelne Regenschauer. Am Mittwoch meist trocken. Und auch der Donnerstag bringt ab und zu Sonnenschein. Hier und da ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber. Und das Ganze bei angenehmen Werten um die 19 bis 24 Grad. Und das wären auch völlig normale Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit für den Wonne-Monat Mai. Und jetzt mal der Blick hier gerichtet auf dieses Unwetter-Tief. Das ist der Stand heute um 12 Uhr Mittag. Und da sehen wir, da liegt dieses Unwetter-Tief mit seinem Zentrum bei Benelux, bei Frankreich, Nordfrankreich. Und es zieht dann langsam weiter hier bis zum Abend Richtung Norddeutschland. Und um das Tief herum gibt es die heftigsten Wetterentwicklungen. Zum Teil eben Orkanböen, heftigen Starkregen mit Sturzflutgefahr, Hagel. Alles ist da mit dabei. Eine sehr spannende, aber eben auch sehr gefährliche Wetterlage. Und besonders betroffen eben die Regionen von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, dem Norden von Rheinland-Pfalz, über Hessen bis nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin und teilweise noch Sachsen. Aber auch in Baden-Württemberg und in Bayern kann es einzelne Hitzegewitter geben. Aber dort wird es wohl nicht ganz so heftig werden, wie eben in dem genannten Streifen hier einmal quer über Deutschland. Und entsprechend gibt es um das Tief drumherum auch mächtig viel Wind. Das hier sind die Spitzenböen, die wir erwarten. Besonders hier im Westen des Landes sehr heftige Böen, schwere Sturmböen und zum Teil auch Orkanböen um die 120 Kilometer pro Stunde in diesem Bereich. Nur ganz im Norden und ganz im Süden, da ist es wahrscheinlich deutlich ruhiger. Und auch Superzellen können auftreten, also sehr mächtige Gewitterwolken mit Rotation. Und die besonders hier Richtung Nordrhein-Westfalen, aber auch teilweise im Norden von Hessen oder hier im Norden von Rheinland-Pfalz. Da gibt es auch ein erhöhtes Risiko, dass eben Superzellen auftreten können. Und im Zusammenhang mit diesen Superzellen sind hier und da sogar einzelne Tornados nicht ganz ausgeschlossen. Wir sehen also, diese Wetterlage ist sehr brisant und die hat es wirklich in sich. Ja und ich sagte es schon eingangs, die Wettermodelle spielen teilweise verrückt. Das hier war die Prognose für die heutigen Spitzenböen und zwar gestern Morgen schon berechnet vom französischen Wettermodell Arome. Und ja, wir sehen hier teilweise einmal quer über Deutschland, wenn dieses Tief vorüberzieht, Spitzenböen von bis zu 260 Kilometer pro Stunde. Da ist das Wettermodell wahrscheinlich ein bisschen durchgedreht, würde ich mal behaupten. Also das ist doch wirklich des Guten zu viel. Aber man sieht schon, da ist Potenzial da bei dieser Wetterlage. Und das will auch dieses Wettermodell andeuten. In diesem besagten Bereich von Nordrhein-Westfalen rüber bis nach Berlin-Brandenburg, da kann es heute wirklich ordentlich zur Sache gehen mit einer gefährlichen Unwetterlage. Und da sollten wir wirklich alle sehr vorsichtig sein. Bitte bei Sturzregen nicht in den Keller gehen, der kann volllaufen. Das kann zur tödlichen Falle werden. Und auch irgendwo auf der Straße, wenn da was unter Wasser steht, nicht reinfahren mit dem Auto. Doch das kann eine tödliche Falle werden. Und ansonsten gilt, bei Gewittern bitte im Haus Schutz suchen und nicht draußen rumlaufen. Aber ich denke mal, das versteht sich fast von selbst. Wie geht es danach weiter? Nun, die warmen Luftmassen in 1500 Metern Höhe verschwinden langsam im Norden des Landes. Es wird kühler, meist dann um das Klimamittel herum. Das ist die braune Linie hier. Dann wird es nächste Woche noch ein bisschen wärmer, aber dann bleiben wir meist auf diesem Niveau und das bis zum Monatswechsel. Und ab und zu sind Niederschlagssignale mit dabei, meist einzelne Schauer und Gewitter. Für den Westen schauen wir auf die Regensummen bis zum 4. Juni. Ja, und im Mittel erwarten wir so um die 35 Liter. Der Hauptlauf ist immer wieder oben mit dabei. In diesem Fall mal bei fast 75 Liter Regen pro Quadratmeter. Mehr als doppelt so viel, was das Mittel berechnet. Aber wir sehen noch einige Ausreißer nach unten. Gerade 10, 15 oder 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Es bleibt also weiter spannend, was da wirklich vom Himmel kommt. Und wir schauen nach Ostdeutschland hier auf die Ensemble-Prognose in 1500 Metern Höhe. Und es bleibt zunächst bei Temperaturen um die 10 bis 15 Grad in dieser Höhe. Dann wird es aber kühler und zum Anfang der neuen Woche gibt es nochmal einen kleinen Anstieg. Aber dann bleiben wir wahrscheinlich meist um das Klima mittel herum. Und auch hier gilt im Osten des Landes, ab und zu sind mal einzelne Niederschlagssignale vorhanden. Der Blick nach Süddeutschland. Auch da könnte es mal endlich Regen geben. Das sind die Regensummen bis zum 4. Juni. Im Mittel 50 Liter pro Quadratmeter. Das ist nicht gerade wenig. Und wir sehen der Hauptlauf weiter oben. 65 Liter Regen pro Quadratmeter. Und zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auch da sieht es nicht anders aus. Die Temperaturen liegen aktuell um die 10 bis 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Deswegen unten am Erdboden knapp um die 30 Grad. Danach kommt aber so ein kleines Kältetal. Aber zum Beginn der neuen Wetterwoche wird es wieder ein klein wenig wärmer mit Temperaturen um die 10 Grad. Einzelne Ausreißer bei 15, 16 oder gar 17 Grad. Und auch in der Landesmitte, da sehen wir, ab und zu sind Niederschläge zu erwarten. Meist wahrscheinlich auch das nur einzelne Schauer und Gewitter. So richtiger Landregen will sich scheinbar erst mal nicht einstellen. Also Vorsicht vor der heutigen Wetterlage. Heute Nachmittag neue Schauer und Gewitter. Los geht es im äußersten Westen nach der Mittagszeit. So Richtung Niedersachsen, da im Westen, Nordrhein-Westfalen, dort auch im Westen. Und Rheinland-Pfalz, der Norden von Rheinland-Pfalz. Das Ganze zieht dann weiter, dieses Gewittertief, Richtung Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Und drumherum zum Teil eben diese heftigen Begleiterscheinungen. Orkanböen sind möglich, Starkregen ist möglich, Überflutungsgefahr gibt es. Und eben auch Hagel, der durchaus schon eine größere Korngröße erreichen kann. Es bleibt also heute sehr brisant und auch punktuell ist das Auftreten von Tornados nicht ganz ausgeschlossen. Auch das sagen wir schon seit Tagen. Diese Wetterlage hat ein sehr hohes Tornadopotenzial. Das war es vom Wetter bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis bald.